Ich habe gerade hier jemanden bestochen, ich habe mich besorfen, als ich mich neulich traf. Hier, ich sitze hier, bei den Leuten. Das ist ja bei euch, ihr seid ja so dick. Jetzt ist hier wenigstens Platz. Ja, ihr dürft jetzt auch voll abgehen. Wie ihr hier jetzt? Ja, hier. Lena hat gesagt, ihr sollt noch nie noch mit. Hat sie gesagt? Bis um zwölf sind alle Fragen offen. Bis um zwölf entscheid' ich, ob ich bin. Bis um zwölf fang ich dann fertig auf fünf. Erst nach zwölf entscheid' ich, ob ich bin. Lesungen, jetzt hast du chinesisch pass kin mer clue. Ich bin da nicht einlebig, wenn nicht ein Leben da nicht fang. Verlieb' ich dann nicht fang. Bis zum Zwölf, noch wichtig, der ist es doch erst nach zwölf, gibt's mehr davon zum Weg. Bis zum Zwölf, bin ich dann fertig, aber wie lange, erst nach zwölf, entscheide ich, ob ich geh. Ob ich geh, denn hier ist alles klar. Das赤chen kann, Zitzen kann, bis zum Zwölf, das ist alles klar. Das ist alles klar. Das ist alles klar. Das ist alles klar. Danke schön!